So Leute, Verträge, alles gemacht. Und Erholung auch. Und dann geht's jetzt hier weiter. Der Fluch der Wald. Ja, natürlich. Hey, schau mal an das. Ich bin bereit für eine Kampfung. Was passiert, Mann? Ja, genau. kann man hier rüber ja super hier endet die Karte und sei dass wir noch mal alle Wälder kurz durchgehen müssen weil wir was suchen müssen okay man hier durch Moment mal. Well, there's no turkey dinner, but it's not bad. No sweat. We have agreement. We will do. We're moving. They're on our way. On my way. Can't be that. Irgendwo muss doch hier das Teil sein. We will do with certainty. We're on it. You got it. Brass, ich find's einfach nicht. Ich hätte jetzt getippt, dass es da unten ist. Let's get moving. Aber hier waren wir auch schon. Yes. We will do. Let's go for a walk. We will do. We will do. On my way. Let's move. Let's go for a walk. They told me that mom wanted to see me, but I came back home too late. She left a note saying that she wanted to be buried with dad, but I can't find his grave at all. I know his final resting place is somewhere in this forest. In view of the river. We're moving. With certainty. Of course. Let's move. You got it. Let's move. Nee. No sweat. Heading out. We're on our way. Das da unten ist so verdächtig. Let's go. Oh, da ist nichts. Waren wir hier schon? We will do. Na, da können wir nicht hin. We have agreement. We have agreement. Let's move. We have agreement. Let's move. Hm. Tak, точно. Da. da hoch ansonsten habe ich dann wirklich alles abgekratzt und irgendwann muss ich hätte es ja dann gefunden okay hier ist echt wissen also das kann man sagen so was haben wir hier hier haben wir den hafen hier haben wir diesen gegnerischen außenposten moment mal mal gucken ob man es jetzt ja das machen wir als erstes bevor wir dahin gehen war ich hier noch nicht gewesen doch ich muss hier schon gewesen sein mein problem ist dass ich jetzt das ding hier nicht kriege jetzt ok bitte reparieren sehr gut sie werden mich nie sehen das ist ein bisschen schade aber ich denke ich kann das von hinterher ich kann das von hinterher manchmal ist es viel Spaß wenn du versuchen zu sein zu sein Got a clear shot here. Ready. What's on your mind? This won't hurt a bit. Well, it won't hurt me anyway. Not the kind of predator I prefer to get rid of, but I guess it had to be done. This should do it. Let's move. I wonder what secrets this is hiding. Something of great value. Oh, hallo. Moment. Was können wir anders da machen? So, geht einfach. Ich war doch hier schon. Aber da war nichts. Da war eben gewesen. Ist das krass. Das ist hier Zeug. Ist das krass. We will do. Yes. As you wish. Let's get moving. Okay. Okay. Das hätten wir. Moment mal ganz kurz. Wie ja auch? Ach du Scheiße. Ähm. Kann ich da einfach so hin? Ich will es mal hoffen. Okay. Hm. Let's get moving. Ja. Let's get moving. Ich hab's dann plötzlich ist hier toll. Oh nee. Oh nee. Das machen wir anders da. Ist unter meiner Kontrolle. Ja. Ja. Trotzdem ist hier plötzlich Zeug. Oder ich hab's wirklich übersehen. Aber das kann ja schlecht sein. Ich kann mich erinnern, dass ich in ein, zwei Wörtern die Tings schon ausgestellt hatte. Ja. Auf mein Weg. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Du hast es. Wir haben das. Das ist das. Was ist das? Das ist das? Das ist das. Sehr schön. Da kommen wir wieder Gegner. Du hast es. Komm her. Dann. Wir gehen. Nö. Gut. Wenn das weg ist, ist das weg? Wir haben das. Mal schauen, ob ich da hinkomme. Ich habe das. Ohne Hafe wird das ein bisschen schwer. Du hast es. Wir gehen. We're on it. Oh. Dann wollen wir mal. Hier rum. Let's move. Let's go. We have agreement. Copy that. They're on no way. Da. We're moving. Ne, das hat nur verdächtig ausgesehen, aber das war es nicht. Äh, hallo? Ah, hier. Ich bin echt mal gespannt, was ich da gerade beschwöre. Gut. Hm, reinzugehen. Ja, wo lang? Hm. Irgendwie kommt das bekannt vor, oder? Ja. Du hast es. Wir haben eine Verkaufnahme. Kein Problem. Du hast es. Du hast es. Wir gehen. Wir gehen mit Sicherheit. Wir gehen mit Sicherheit. Okay. Was ist das? Ich denke, ich sehe etwas da hinten. Ah, hier. Ja, jetzt bin ich gespannt. Alles repariert. Okay. Okay. Ach du Scheiße, hier auch. Okay. Ja, da haben wir was zu tun. Der Hafen. Und dann das. 12 Stück. Ah, die sind jetzt müde. Das ist jetzt nicht gerade sehr prickelnd. Okay. Ne, die muss ich jetzt ausruhen. So. Wo wollt ihr hin? L9. Ähm. Was wollt ihr an L9? Die sind immer noch scharf irgendwie auf den Schrottplatz. Keine Ahnung warum. Ja. Von hier aus kommen die, ne? Ja. Wart mal. Wenn ich jetzt mit dem Trupp hier rüber gehe und hier zu, dann müsste doch die Ruhe. Aber da könnt ihr von hier kommen. Ja. Ich muss also erst hier das hier zu machen. Gehe ich mal von aus. Okay. Moment. So. Dann werden wir jetzt diesen Armee Schlüßpunkt zur Brust nehmen. Ja. Wird das erste heute sein. Ähm. Okay. Ich muss sagen, seit ich gegen diese 29 Gegner gekämpft habe, kommt mir alles andere wirklich entspannt vor mittlerweile. Muss man einfach sagen. Ich habe eine spezielle Aufgabe in meinem. Ich muss es versuchen. Wird es versuchen. Wird es bereit sein. Wird es bereit sein. Tich. Gehen. Wird es. Wie so silenzig wie ein Spirit in den Runden. Hä? Wie ist es hier rein? Wie so silenzig wie ein Spirit in den Runden. Komm hier hin. Bereit. Gehen. Bei uns. Ich bin da. Ich werde sie sehen bevor sie mich sehen. Komm, zu Hause und nach hidden. Aber mit liveem Ammen. Ich glaube, ich kann das von hinterher machen. Ich muss das hier machen von hinten aus. wer hat das jetzt mitgekriegt wow der ist die panzer der junge ja Ja, das stimmt. Fertig. Fertig für Stahl. Ich werde das nicht machen. Das wird sie überraschieren. so das problem ist ich weiß jetzt nicht wo der rest hier ist und ich sehe keinen man hat keine ahnung wo ich bin er hat kann ich immer wo ich bin aber guck mal an der hittnis auf einer ich wollte aber schon sagen er lebt immer noch das das wäre der hammer gewesen nö ist das nicht ok hier oben Das wird, glaube ich, nicht, oder? Nee, das ist komplette Munitionverschwendung. Okay, nee. Das ist komplette Munitionverschwendung. Warte mal. Oh. Ich werde versuchen, es zu sehen werden. Ja, du kommst erst dahin. Quatsch. Äh, wirkungsvoll, warte mal, was habe ich hier für die Granaten eigentlich drin? Äh, du schießt mir, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, was für die Granaten da drin sind, ne? Nachladen, sechs. Ja, wer hat's? Oh, das Ding ist gut, ey. Das Ding ist richtig gut. Jetzt siehst du ja, woher es kommt. Ja, naja, das ist... Moment mal ganz kurz, wir müssen hier mal nachladen, und zwar mit, ja, mit HE, ne? Alter, schwer, das ist das übel. Hu, 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 hu. Alter, ist das übel. Yes? Yes? Das überlebt er nicht. Das war's. Das war's. Ja, die sind sehr gut gepanzert, das ist Wahnsinn. Okay, wir warten. Aber der Granatwürfer, ja, geil. Für weit entfernt, perfekt. Okay, Fox. Keine. Keine. Oh-oh. Scheiße, Schafschütze. Hallo. Ein Schafschütze. Hallo. Barry. Alter, mach das Ding. Schaden. Jetzt weiß ich, warum ich das Teil nicht gekriegt hab zu früh. Ich krieg's das hin. Da hab ich's auch. Das war's immer noch nicht. Wer ist denn das da? Ja. Kalina, guck mal, was da ist. Hapa, Hapa. Ah, come on. Das war's. Ich habe ihn. Das war's. nichts aber Milchstour jetzt. Fühl mir. Fühl mir zu den Autos. Okay Aber da fehlt noch einer Nein, nein Ach du Scheiße, die haben ein Krokodil Ich hasse diese Viecher Ich hasse diese Viecher Ich habe das Oh Gott, Alter 98 verfehlt Das ist bitter Dafür habe ich jetzt einen Kritz gekriegt Naja, immerhin Weißt du was, jetzt gehen wir all in Und gucken mit einem Kritz, vielleicht ist es geil Ja Hm? Das sollte man machen Er kann nichts machen, weil dann kriegt er nämlich voll eins auf die Mütze Das war es immer noch nicht Hab ich da mich verguckt mit 12 Scheiße Oh Scheiße Aber die Dinger haben echt eine Scheißpanzerung Was haben wir denn da Euer Bonus Basiert auf unseren Daten hast du Genügend belohbigen Anhalten Um 2000 Dollar aus dem Fonds zu erhalten Fox ist zufrieden mit deiner Arbeit Okay Und wir sind es auch weiter so Ja Wir sind auf Wir sind auf Das sind diese Blendsgranaten Und das waren die Die sind halt schon Mal was anderes Hat irgendein Trupp diese verdammten He-Granaten Nein Ihr habt sie nicht Ich glaube aber ihr habt sie Oh ja Okay Das ist gut zu wissen Brauche ich jetzt noch nicht Aber nachher Können die sie dann hier geben Wenn ich den Hafen habe Können die hier rüber Können die das hier hoffentlich geben Gehen die hier in den Hafen Und dann verschippen wir die da rüber Ja Das würde ich dann sagen Ja Ich lerne es nicht Nein Es wird nicht klappen So Jetzt Ich sage Seit ich dieses Cap mit 29 da geblättet habe Und Ist alles andere Für mich Utopisch geworden Okay Das kann raus Das war mal gleich Woanders dahin Barry du kriegst wieder die Hier Machen wir gleich Machen wir gleich Diamanten Ja das kann dann einer von den anderen Trupps kann dann die Dinger ein bisschen verschicken Hier habe ich noch Hier habe ich auch noch Hier Das hier machen wir zu Medikamenten Was ist das hier Na du Hohspitz Warum finde ich keine Scheiß 50 Eine Waffe mit 51er Schusszeit Das gibt es doch gar nicht Finde einfach keine Ich bin so weit oben Jetzt schon Let's get moving Nee Nichts ey Richtig Krise Echt Kann dieser durch Ja Es gibt ein paar Lüten hier Nee Braucht man nicht Mörser Ja ich benutze halt keinen Mörser Aber man sieht was das Ding auch für einen Schaden macht Was hat ein Mörser eigentlich für eine Reichweite Oh mal was gucken Mörser was hättest du für eine Reichweite Wer von euch hat den Mörser Du Wärst schon wieder kaputt Okay Jetzt sehe ich den Schaden hier nicht weil der kaputt ist Och come on Er stellt dein scheiß ernst Schaden 0 Reichweite Alter Wahnsinn Und wenn das Ding wirklich 40 Schaden macht Ist echt eine Überlegung das vielleicht doch zu nehmen Kostet halt Holt halt Unmengen Platz weg Oh bin ich denn jetzt hier So Holt halt echt einen Unmengen Platz weg das Ding Wieder Aber es ist so effektiv gut das sieht man ja Moment gibt's hier was unterirdisches vielleicht Nein So irgendwas hier oben noch Ähm Wie haben wir noch Pflanzen We will do You got it Hey you're not with These animal torturers are you Please help me They put me in a cage like a Like a non-human person They mean to send me to their horrible fighting pit They think they can make me hurt a non-human person But that's just impossible Besides It would be bad for their diet to eat me I've already tried to offer them vegan food But they laughed at me I mean not just the bad guys But the hyenas as well Okay Okay All you wish Und lass uns mal gucken Okay So haben wir so E16 ist eine umweltaktivist Anweserbetsche Die legion Werfen wir E16 Okay Okay Schön und gut Und wie kriege ich dich raus Ich hätte eine Idee Wird aber ziemlich die Krach machen Also gibt's hier irgendwo ein Schlüssel Let's go What do you suppose this is? Moment mal Warum Ich hätte jetzt hier ein Ziel angezeigt Yes Ich könnte das blindfolded und tiehen Ja Soll ich das Teil jetzt in die Luft jagen? Äh Äh Weißt du was? Mach mal Da bist du so top um eine Granate zu schmeißen oder was? Ich soll jetzt hier eine Granate rin schmeißen Was ist das? Of course The battle is going good We are true heroes That will vanquish all evildoers What's on your mind? We're on it Ich hätte doch einfach aufmachen können Aber warum steht das fast dann da? Okay Kann ich dich einfach so rauslassen? Moment mal Irgendwas stimmt doch da nicht Ähm Jetzt ist das vergessene Grab plötzlich hier Wo ist denn jetzt diese Mission hin? Geht von der Hygiene Okay Es ist erledigt Echt? Petra konnte nicht gerettet werden Hä? Petra konnte nicht gerettet werden Ja was hätte ich denn machen sollen? Okay Ich versuch's nochmal einen Moment So Leute Wir versuchen's noch einmal Jetzt mal aber ganz kurz was machen Mal gucken ob das geht Ähm Ja man kann das Zeug auch so sammeln Sehr schön Das kann man verschrotten Das kann man auch verschrotten Das kommt direkt runter Das Machen wir gleich weg Das Denken wir mal Medikamente Das kann man verschrotten Und dann kann man hier zudrücken Und dann ist die Sache durch Das geht auch Mache ich nur weniger So jetzt gehen wir hin Wie kann ich mich retten? Ja Oh 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 Einer, halt doch mal aus dem Maul. Ist doch draußen. Was macht sie jetzt? Ah, das macht Sinn, okay. Ach, weißt du was, wir mahren uns mit diesen Viechern eigentlich keinen großen Stress, oder? Moment. Okay, das ist eine dumme Idee, weil dann geht hier alles in die Luft. Ach, scheiße. 5 Schüsse, das muss klappen. Ja? Oh, geil, wie das Spiel gerade hängt. Ah. Ah. Ich habe einen guten Schuss. Ich habe den Willen in meinen Augen. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Das ist ein Schuss. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Oh, hängt das gerade gut an. Ich glaube, ich bin bereit. Ich gucke aber, dass ich so noch hinkriege jetzt hier. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit. 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 Was ist denn jetzt los? Was sieht nämlich jetzt? Na ja. Irgendwas ist da Aber was ist da Irgendwas hat mich da gerade anvisiert Wann hat sie die Hyänen da drin Ja Ich verstehe es jetzt Ich drücke drauf und schießen Aber es macht das irgendwie nicht Spiel tritt am Rad Ich habe einen klaren Schuss hier Quatsch Okay Gehen wir es mal auf Notiz D16 Müssen wir noch machen Ja Aber das ist nicht das was ich suche Was ist das mit dem Biest Ja Das vergessene Grab D16 Okay Können wir auch als nächstes machen Jetzt gucken wir aber erstmal noch hier Wir sind jetzt gerade hier Soll ich das Vieh da rauslassen Dann kreist es mich an Das ist jetzt hier abgeschlossen Ja Also ich habe jetzt keinen Grund Wie viele Fische hier zu killen Was ist in Ihrer Meinung? Verschle Muss ich auch nicht Wir sind auf der Weg Ich frage was die Zechriften Das ist hiding Da Sehen wir noch was? Ja So Das ist oben Oder? Ja ist oben Sind es keine Schmerzen für gute kleine Mädchen? Wir gehen Sehr unter Äh Gehen Wie vor dem Moment Das Begeister ist mit Präzision Hallo Wir gehen Dafür riskiert man seinen Hals für ein Ding Sprengstoff Wahnsinn ne Ich habe ein Schiff gefunden Ich kann Irgendwie nichts mit dem Anfang Meine Waffen sind alle Auf dem neuesten Stand You got it Brauch neue Waffen Bessere Aber Anscheinend gibt es Die 50er Munition Für was? Keine Ahnung Ich weiß es nicht Ich weiß es echt nicht Aber ich denke ich wird Börbe den Mörder auch noch geben Dann kann der wirklich von weit Entfernung Kann der wirklich Spaß haben Wie du wünschst Natürlich Lass dich die Glieder da drin haben Auf mein Weg Ich habe das Ding Das ist der verfluchte Wald Jo Jo Let's move Gut Dann werden wir Im nächsten Part Das hier machen Das hier machen Das ist der verfluchte Wald Ja wir machen das vergessene Grab Weil das ist gerade nebendran Das ist dann das hier Und das andere ist ja hier D8 D18 Genau Liegt aber auch alles auf dem Weg Aber jetzt sind die schon wieder da durchgelaufen Ja super nervig Geht es nächstes hier hin oder Warte ich kurz noch bis sie da sind Weil wenn sie kommen Kann ich sie auch gerade abfangen Auf der einen Seite Könnt ihr das auch machen Dafür sind sie ja da Lass sie abfangen Und dann würde ich sagen Machen wir das Dann holen wir hier den Hafen Gehen hier rüber Gucken noch was hier ist Und die schicke ich dann Hier an den Schicke ich dann hier Beziehungsweise Ja Ja doch Die schicke ich dann hier hin Dann machen die hier in Zukunft zu Auf der einen Seite Könnten sie aber auch hier zu machen Wart mal das Na gut das ist ein Hafen Da kannst du keine Miliz ausbilden ne Ne dann können sie auch hier zu machen Kann man hier eigentlich Miliz ausbilden Das mal gucken Ja es geht Ich hab mir hier auf jeden Fall auch noch Miliz ausbildet Und das sollte man machen Und ja Das können wir eigentlich so machen Na doch Und dann Tun die einfach hier Vom Hafen Das Weil hier geht ja nichts durch Ne Und wenn wir hier lang gehen Machen wir dann das hier Die schicke ich dann noch her Wenn ich dann hier das habe Schon mal jetzt hier hin Und könnte hier absichern Ja Das ist eigentlich eine gute Idee Gut Leute Hier oben Das ist ja da wo der Boss ist Aber ist ja auch Ist auch schon sehr geschwächt Ne Also wir schwächen das immer mehr Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Aber dann machen wir erstmal diese Mission Bis dann E hin Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und dann